Musik Haha, juhu, endlich Ferien, schnell vom PC, Party! So, die Lehrer können mich jetzt mal kreuzweilen, ey. Jetzt wird Party gemacht, hier ist ein Ferien. Musik Eine Woche später. Was soll ich bloß noch machen, YouTube ist ausgeforstet wie sonst was. Das habe ich hier auch alles schon gesehen. Play, sie haben hier auch schon gezockt ohne Ende. Was soll ich bloß noch machen? Und so sieht demzufolge dann ein typischer Ferientag nach einer Woche Ferien aus. Oh, zwölf Uhr. Dann mal aufstehen. Erstmal schön frühstücken. Und dann loszocken. Erstmal vor dem Laptop. Musik Ja, das war es jetzt mit meinem Video typisch Ferien. Wenn es euch genauso geht wie mir in den Ferien, dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Und wenn es euch nicht so geht, wenn ihr ständig irgendwas Sinnvolles findet, womit ihr euch beschäftigen könnt, könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Natürlich könnt ihr auch einen Daumen nach oben geben und so weiter. Würde ich mich natürlich alles drüber freuen. Ähm, was ich noch sagen wollte. Eventuell wird nächste Woche Sonntag 18 Uhr kein Video kommen. Da bin ich nämlich in Berlin. Übers Wochenende. Und, ja, da wird dann wahrscheinlich kein Video kommen. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Vielleicht werde ich dann in der Woche dann schon ein Video hochladen oder danach erst. Das muss ich noch schauen. Auf jeden Fall wird an dem genauen Tag Sonntag, beziehungsweise an dem Wochenende, wird höchstwahrscheinlich kein Video kommen. So, jetzt habe ich lange um heißen Brei hier geredet in der Endcut. Ähm, ja. Das war es denn jetzt. Das war es denn jetzt.